Peng Peng Matchmallow Gang Wow Leute was geht ab man Wir waren gerade noch im Supermarkt und haben uns hier Matchmallows gekauft Heute werden wir testen wie viele wir davon in den Mund kriegen Das ist ein spannender Test Und hoffentlich brechen wir den Weltrekord Denn der liegt glaube ich bei 37 Matchmallows im Mund Ohne zu essen Ich weiß nicht wo du das gelesen hast Google und irgendwo stand es auf irgendeiner Seite 37 ist glaube ich echt viel man Hier sind glaube ich nur 38 drinnen Bevor wir die Matchmallows essen Grüße natürlich noch jemand Aber heute gibt es einen ganz besonderen Insta-Shop Heute gibt es spezielle Grüße An unseren Homie Vielleicht habt ihr unseren neuen Banner gesehen Der ist nicht von irgendwem Das ist von unserem guten Homie Der hat den gemacht Und da seht ihr ihn jetzt hier eingeblendet Der 7 Bondarenko Geiler Typ wirklich Ihr könnt ihn auch vielleicht anschreiben Vielleicht macht ihr euch auch einen Banner Wer weiß Grüße gehen raus Liked gerne sein letztes Bild Da freut er sich bestimmt Matchmallows Also der macht schon Dreck auf Ich wollte mir schon mal einen senden Und so ein bisschen Gefühl dafür zu finden Er will auch einen Kleiner Side-Fact am Rande Ja ich esse echt oft Sachen Und auf der einen Seite habe ich dann noch ein Kaugummi Öfters kommt es sogar mal vor Dass ich nachmittags einfach mich mal hinlege Für eine Stunde Und dann mein Kaugummi einfach im Mund lasse Und wenn ich dann wach werde Kaue ich es halt weiter Ist schon sehr oft vorgekommen Ja los geht's würde ich 37 gilt es zu schlagen Ich glaube easy going Also Was ist die Taktik? Ohne Runterschlupf Ja ohne Runterschlupf Darf man die klein drücken? Ja aber ist alles erlaubt sage ich mal Ja aber man kann die irgendwie nicht Aber das funktioniert eh nicht glaube ich Also 37 niemals Doch 37 Easy Sieben sage ich dir Sieben Ok komm Oh Gott das ist jetzt schon Ich habe die Karte Nein Die Zeit kriege ich schon Können wir ja weiter mit mir was sagen Nee irgendwie nicht Wir sollen die Cells machen Ok wir sagen noch einmal was Wir müssen sagen wie das Wetter morgen wird Also morgen soll es regnen Echt soll es echt morgen regnen Ja Ja Und wir müssen Frühstück erst drehen Wir müssen Frühstück erst drehen Nein Ich sehe aus wie so ein Eichel Wieviel ist das? Fünf Du sagst aber schon so richtig Sechs 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 Oh Das ist echt schon hart an der Grenze alter Alter Ist aber nicht alles frei alter Ok Sieben Sieben Ich meine er hat eh nur sieben geschafft Ist ja auch nicht sieben Drei ist nicht das so ein sieben bleibt Ah Ah Fereng Aber ja is sieben Ich sieben Sieben Ich war so我們 Sieben Können wir uns kurz beato Wolfen Ich sehe mich in der Sachen Ich könnte es gleich thank Sie Ich kann es nicht mehr rüben. Oh mein Gott, als ob jemand 37 von diesem großen Marshmallow in seinen Mund gesteckt hat. Wie geht das, man? Muss man aber irgendwas sagen. Das habe ich mir leichter vorgestellt. Okay, ich versuche jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Die mache ich jetzt ganz klein. Das sind 5, Freunde. 5. Ich hätte mir mal die Hände waschen sollen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie geht das? Alter, das ist nicht normal. Alter, 15 war das, Alter. 15 ist so übertrieben schon. Ja, aber das Doppelte, das geht doch nicht. Alter, das ist krank. Okay, komm, ein Versuch noch. Die alle jetzt noch. Wir machen das ganz schnell, weil wie viel bist du auch bei 15 jetzt? Oh mein Gott! Das ist aber so ekelhaft. Oh mein Gott, das ist so ekelhaft. Das ist aber schön gemacht. Da muss es eine bessere Taktik geben, Alter. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt glaube ich 15 oder so. 7. War nicht mal richtig in meinem Mund, Alter. 9. 10. Niemals, Alter. Boah, das ist so eklig. Ich habe gar nicht gemerkt, als ich gesappert habe. Aber ich sehe es auf meiner Hose. Leute, ich habe meine Hände vorher nicht gewaschen. Ich auch nicht. Kriegt man 10 auf einmal in den Mund. Das ist eine große Challenge. Ich glaube, wir haben noch eine zweite Challenge, oder? Das ist gar nicht alles gewesen, nein. Ich bin kläglich gescheitert, Alter. Ein wenig gescheitert. Ein klein wenig. Also 37. Ich glaube, du musst dich verlesen an 3,7 oder so. 3,7. Ich glaube, 15 große, das ist auch schon Weltrekord hier. Auf jeden Fall. Ja. Wir schreiben auf jeden Fall in den Titel in Klammern Weltrekord. Ja, was kann man noch für Challenge machen? Ich habe eine. Ja. Wir haben noch, glaube ich, genug. Wer in einer Minute mehr Hochwürfnung mit dem Mund fängt. Wir treten gegeneinander an. Okay. Gleichzeitig. Muss ich die da fressen oder kann ich die dann wieder ausspucken? Ich würde sagen, man muss die... Na, ich weiß nicht. Ja, okay. Wir lassen die dann im Mund. Wir müssen die im Mund lassen. Kannst die essen oder im Mund lassen. Okay. Also, Time auf eine Minute, Freunde. 3,2,1. Oh, nein! Ah, wie gut. 3. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, das ist ja auch schon. Ich muss das vielleicht haben. Hier! Nein! Nein! Oh ja, das war so gut. Ja! Nein, nein, nein! Nein! Letzter! Nein! Au! Der Acht ist raus. Und ich esse alle. Hast du den Acht noch geschafft? Ja. Ich hab den Acht hochgeworfen und hab ihn nicht gekriegt. Echt? Ich dachte, der hätte übelst den Vorsprung. Nein, nein, nein. Also 8-7 für dich, ey. Krass, Mann. Das war echt Weltrekord. Das war safe Weltrekord. Ja. Jetzt können wir es den Titel schreiben. Ja, das war Weltrekord. Ich hab so viele Marshmallows daneben geworfen, ne? Du hast halt alle so auf den Boden geworfen. Ich bin direkt mit Köpfchen an die Sachen. Ja, einfach snacken, ne? Ich dachte so, boah, sind die lecker? Ich ess die erst mal. Dann hab ich natürlich zeitweise vergessen, die hochzuwerfen. Weil ich das so... Also, Freunde, wir verlosen diese Tüte jetzt an euch. Aaaaaah. 300 Gramm Marshmallows im Mund gehabt, ey. Ah, dieser *** ist Marshmallows, ey. Hey, Junge, das geht echt nicht klar. Überall dieses weiße *** Zeug von den Marshmallows. Das Designerwort musst du lieben. Echt? Ja, dieses S-Wort. Die Leute wissen, was mit weißes Zeug gemeint ist, ey. Freunde, heute mal ein kürzeres Video. In der Kürze liegt die Würze. Ihr merkt's. Versucht heute mal wieder der Appell, Freunde. Macht das mit uns. Hol' ich auch kurz ne Packung Marshmallows bei irgendeinem Supermarkt, der in der Nähe ist. Natürlich diese großen hier. Okay, da ist gar nichts mehr drin. Diese größeren hier. Wir haben 15 geschafft. So, dann schreibt da mal in die Kommentare, wie ihr geschafft habt. Ich bin 7 und hab 35 geschafft. Oder ne, das mit der einen Minute, das ist eigentlich geiler. Ja, das ist eigentlich geiler. Versucht mal 8 Marshmallows in einer Minute mit dem Mund zu fangen. Das sind ja, das ist schon viel eigentlich, ne? Danke fürs Zuschauen, Freunde. Das ist wie Spiegel, Freunde. Man sieht sich. Wie UI.